Guck mal, ein Schild, der ab 6 Jahre ist, der Film auch ab 6 Jahre ist, die Lena, wie alt bist du? Hallo, heute haben wir Donnerstag, ich mache jetzt meine Nägel, trinke dann Smoky Erdbeerbanane, schmeckt sehr lecker, gibt bei Aldi zu kaufen und da draußen noch regnet, kalt ist, da schauen wir noch einen Film an, einen Spongebob, mal gucken wie der ist, ich bin sehr gespannt. Das ist Julen, ich sitze im Besitz von Max, süß. Okay. 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 Der Max ist gerne draußen. Max! 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 Das ist unser Einkauft. Katzenklo trinken, das ist für die ganze Woche. Milchshake trinke ich auch sehr gerne. Es gibt leider nur im Kaufland, bis jetzt. Einen wunderschönen guten Morgen. Heute ist Samstag. Wir haben vierte sieben. Ich bin auf dem Weg zur Arbeit. Ich wünsche euch einen schönen Tag. So, jetzt habe ich Feierabend. Ich laufe jetzt nach Hause. Dann werde ich einen Mittagsschlag machen. Weil die Lena ist bei ihren Großeltern. Das heißt Wochenende Baby frei. Kind frei. Na ja, mal gucken, was wir so machen. So, Mittagsschlaf habe ich gemacht. Tartig für Schmink bin ich auch. Ich gehe damit mein Schatzi essen. Und somit beende ich mein Video für heute. Morgen kommen zwei Videos. Einmal von meinem Alltag. Und das zweite zum ersten Mal mein Schminkvideo. Ich wünsche euch viel Spaß. Wenn das Video gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben. Dann bis zum nächsten Mal.